Hallöchen Leute, das ist Patti, ich bin Flo. Herzlich willkommen zu Was geht ab? Flash News. In Deutschland wurde eine neue Rekordmarke geknackt. Mit 42 Millionen Erwerbstätigen haben nämlich mehr Menschen einen Job als je zuvor in der Geschichte der Bundesrepublik. Verantwortlich für die erfreulich hohe Zahl ist laut Statistischem Bundesamt der wirtschaftliche Aufschwung im Herbst. Im nächsten Jahr soll das Wirtschaftswachstum sogar noch mehr ansteigen, auf 1,7%. Gleichzeitig wird erwartet, dass die Arbeitslosenzahl unter 2,8 Millionen sinken wird. Im amerikanischen Kongress haben am Dienstag mehrere hochrangige NSA-Mitarbeiter vor einem Geheimdienstausschuss ausgesagt. Ursprünglich ging es bei der Anhörung um die Bespitzelung von US-Bürgern, aber auch die jüngsten internationalen Ereignisse wurden thematisiert. In Bezug auf die Ausspähung Europas drehte der NSA-Chef Keith Alexander den Spieß plötzlich um. Er geht davon aus, dass amerikanische Spitzenpolitiker von europäischen Geheimdiensten ebenfalls überwacht werden. Hinzu kommt, dass spanische und französische Geheimdienste die NSA bei ihrer Arbeit unterstützt haben sollen. Abgehörte Telefonate und ausspionierte Daten hätten sie direkt an den amerikanischen Geheimdienst weitergeleitet. Die von Edward Snowden enthüllten Dokumente seien außerdem von den Medien völlig falsch interpretiert worden. Nicht die NSA hätte Millionen Anrufe in Spanien und Frankreich überwacht, sondern die eigenen Geheimdienste. Die französische Handelsministerin Nicole Brick geht bei dem Überwachungsskandal in die Offensive. Statt sich über abgehörte Telefonate zu beschweren, rief sie am Montag dazu auf, die Wirtschaftsspionage zu verbessern. Um den Abhöraktionen etwas entgegenzusetzen, müsse sich Frankreich diesbezüglich einfach besser organisieren. Und da in der Wirtschaft gegenseitiges Bespitzeln nun einmal Realität sei, sollte man gründlicher arbeiten als sein Gegenüber. Brick verurteilte zwar das Ausspielen befreundete Regierungschefs, in der Handelswelt gelten aber andere Regeln. Deswegen hat die französische Ministerin auch vor, an dem geplanten Wirtschaftsabkommen mit den USA festzuhalten. In Russland muss der Oppositionspolitiker Alexei Nawalny erneut vor Gericht, um sich zum Vorwurf des Betrugs und der Geldwäsche zu äußern. Nawalny soll zusammen mit seinem Bruder vor fünf Jahren mehrere Millionen Euro des Konzerns Yves Rocher veruntreut haben. Bereits im Juli wurde der Putin-Kritiker zu einer Bewährungsstrafe von fünf Jahren verurteilt, da er einen staatlichen Holzbetrieb um fast 400.000 Euro betrogen haben soll. Wenn Nawalny in dem neu aufgerollten Verfahren schuldig gesprochen wird, drohen ihm bis zu zehn Jahre Haft. Er selbst bezeichnet die Vorwürfe als absurd und geht davon aus, dass der Kreml ihn so mundtot machen möchte. Da der erste Versuch nicht geklappt hat, probiere die Regierung ihn mit dieser zweiten Geschichte politisch auszuschalten, sagte Nawalny. Israelische Behörden haben am Dienstag und in der Nacht zum Mittwoch erneut palästinensische Häftlinge freigelassen. Bereits im August wurden 26 Inhaftierte auf freien Fuß gesetzt, um die beginnenden Friedensverhandlungen voranzubringen. Unter den Freigelassenen befinden sich auch einige wegen Mordes Verurteilte und Männer, die schon mehr als 20 Jahre hinter Gitter saßen. Die Palästinenser wurden im Westjordanland und in Gaza von ihren Angehörigen feierlich empfangen. Gleichzeitig kündigte Israel an, weitere 1500 Wohnungen für jüdische Siedler in Os-Jerusalem bauen zu wollen. Dieser Stadtteil ist aber die Wunschhauptstadt für den eigenen Staat der Palästinenser. Der Siedlungsbau ist deswegen einer der Hauptstreitpunkte in den Verhandlungen zwischen beiden Konfliktparteien. In Syrien haben sich laut der Weltgesundheitsorganisation WHO 10 Kinder mit dem Poliovirus angesteckt. Der Virus löst die gefährliche Krankheit Kinderlähmung aus und wird normalerweise durch eine Impfung abgewehrt. Da die gesundheitliche Versorgung in Syrien seit Beginn des Bürgerkriegs vor zwei Jahren extrem eingeschränkt ist, wurden viele Kinder nicht geimpft. Der letzte registrierte Fall von Kinderlähmung liegt 14 Jahre zurück. Nun sind aber mehr als 100.000 Kinder unter fünf Jahren einem akuten Infektionsrisiko ausgesetzt, sagt der Entsprecher der WHO. Wegen der Flüchtlingsströme sollen nun auch in den Nachbarländern Syriens die Polio-Impfungen verstärkt werden. Wie ist eure Meinung zur Wirtschaftsspionage? Und was haltet ihr von der Freilassung der palästinensischen Häftlinge? Und wie können den Kindern in Syrien geholfen werden? Eure Meinung, da wo sie hingehört, ab in die Comments. Hier drüben findet ihr noch zwei weitere Videos und hier unten könnt ihr unseren Kanal abonnieren. Und unter mir kommt ihr zu, textkalibur, wenn ihr Bock auf Nerd-Stuff habt. Und in der Videobeschreibung habt ihr die ganzen Social Media Links zu Twitter, Facebook und Instagram. Das war Was geht ab, Flash News und wir sind raus. Auf Wiedersehen.